Fließend, einfarbig und doch ein bisschen dramatisch. Der Look von Mary von Dänemark ist der Hammer. Die Kronprinzessin ist mit ihrem Ehemann Frederik nach Tokio gereist, um dort der Krönung von Kaiser Naruhito beizuwohnen. Dabei trifft das Paar auf royale Gäste aus der ganzen Welt. Auch dem belgischen Königspaar. Und siehe da, die Damen scheinen sich beim Outfit abgesprochen zu haben. Auch Mathilde trägt ein Cape-Kleid. Auch wenn die Looks einander sehr ähneln, schaffen es die Ladies, ihnen einen individuellen Touch zu verleihen. Die elegante Mary kombiniert zu ihrem Kleid Ohrringe und Collier aus dem Rubin-Set der dänischen Royals. Ihren Kopf ziert ein Hut mit großer Blume. Königin Mathilde hält es ein wenig schlichter. Einzig lange Diamanthänger mit Perlen und ein Hut ergänzen den Look. Beide Damen sehen auf ihre Weisen einfach grandios aus.